weil er neue part angefangen hat jetzt so dieses jetzt schon ja alter müsste so ein chor gesang kommen halleluja 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 ich brauch übrigens in so ein Mikrofon wie du hast oder ein Headset ich stehe gerade vor der Kirche ja aber mein Mikrofon das hat glaube ich 80 Euro gekostet ja ich mein weil ich gerade so verkrüppelt sitzt ja oder du musst dir einen vernünftigen Mikrofonhalter kaufen oder das ich hatte schon vor mir einen selbst zu bauen irgendwie aus Holz oder so der macht das doch ich komme in die Gels ich habe immer kein Bock und kein Holz doch das habe ich bei mir habe ich das meistens am Holz naja aber auf jeden Fall mit unserem neuen Projekt können wir uns auch erstmal ein bisschen austoben mit dem äh bauen und all sowas was hast du schon wieder für eine Einleuchtung bekommen oder habe ich gerade noch ein Wunder gehört das könnte knapp werden mit der Farm hier unten warte hier alter Fliege geh weg so ich habe jetzt einmal Rasen gemäht oh den Baum weggeschmetzelt so so kommt jetzt dahin der kann auch weg ja dann dann passt das das ist genau äh ein ein Block ähm vor der Tür zu dem zu dem zu der Farm geht die Kuhfarm runter so in der Pyramide waren wir wahrscheinlich schon aber ich guck trotzdem nochmal nach zur Sicherheit also in Session 2 müssen wir auf jeden Fall das alles ähm weit auseinander bauen ja wie dieser eine Let's Player ne alles hängt übereinander zusammen ja hier waren wir schon super ok dann hey kacke die Kuhfarm kommt genau auf genau bei der Tür runter über der Tür ist nämlich die Redstone Spur alter wie wie meinst du das jetzt genau bei der Tür runter ja komm mal zur Farm ja also zur Kakao Farm sag ich mal verstehe ich nämlich gerade ja warte ich bin unterwegs ich renne gut jetzt nicht mehr weil ich Hunger habe kann ich noch nie kann ich noch nie in die richtige Richtung ja durch gut lauf ja hier kommt Eis ich glaub ich kann die Redstone Spur sogar weg machen hier sieht alles reif aus ja ja warte mal bevor du das machst ja tu mich auch bevor du das machst will ich nämlich nochmal irgendwas abchecken ja so so jetzt bin ich unterwegs jetzt bin ich bei diesem Lava Loch und ich sehe unsere Schafe ich sehe die Bilderrahmen von unserem Lager das ist ok jetzt sehe ich die Farm jetzt sehe ich mein Haus Akazienbäume hinten so einen fetten Baum die Hühnerfarm die abgestellt wurde glaube ich die Lichter von Brunnen und mein Haus das leuchtet Lauf Lauf oh Alter dieser Pisser hat schon wieder Hunger ey wie viel vertilgt der eigentlich ey ja seit dem Update hat er sehr viel Hunger ne ja so was gibt's denn also genau hier kommt das Loch runter das Loch für den Kufer äh die Wand oder ist hier noch Loch also hier ist Loch hier ist Wand kannst du das nicht versetzen oder so dann müsste ich den Stall versetzen äh zeig mir mal oben was du vor hast ok wie du es dir gedacht hast vielleicht kann man dann noch irgendwas drehen wo das mal so einen fetten Stall schwer wird ich kann den Stall drehen alter ich hab gesagt obwohl das schwer schwer wäre so einen fetten Stall zu drehen ja das war klar dass das nicht funktioniert hier muss auch noch mal was in die Mitte hin hier muss noch mal so ein fetter Baum oder sowas hin mhm alter wie du am rumzittern bist wie du am rumzittern bist ja dann kommt das hier nicht hin ja dann kommt das hier nicht hin wegen der Feier äh warte mal äh ich könnte vielleicht kann ich das doch warte warte eigentlich ist das scheiß was ich hier gemacht habe eigentlich ist das gar nicht so schwer äh wenn ich diese Farm hier jetzt versetzen würde ja ne die Farm muss ja eigentlich hä die ist sowieso einen zu breit also auf dieser Seite hier ist die eine zu breit oder diese hier ist ein eins zwei drei vier fünf und die ist sechs also irgendwas ist hier sowieso zu zu breit eine Farm gebaut dann würde das eigentlich sehr gut passen dann kann ich das hier ja wegreißen dann kannst du hier die Wand hinbauen ja nur dann kommt man nicht mal an die Farm ran wo ist das von von hier irgendwie bauen ich guck grad mal warte kann das nämlich hier zu äh und hier hinten der Gang müsste dann auch weg also hier müsste dann auch irgendwo anders eine Tür hin irgendwie oder ne da geht nicht äh zwei drei vier fünf sechs sieben acht so müsste das richtig sein eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht genau da ist ja schon wieder aber wieder hin warte ich muss hier nochmal etwas zu machen was denn bis hier wird das Loch gehen ja die Farm kann ich jetzt nicht versetzen weil hier Glasscheibe ist hier musst du das irgendwie kürzen da musst du denn ne ne das ist das ist scheiße das muss ja auch ein bisschen da musste man das ja überall ändern du kannst ja hier oben bei der bei der Farm kannst du ja auf dieser Seite auch noch einen Gang machen der auch nochmal vier breit ist oder so hier runter nach dahin das kann ich machen wenn das denn nicht irgendwie scheiße aussehen würde aber das auf der Seite wird das schwer da irgendwas zu machen ich hab ne doch ich hab ich hab ne Idee und ich weiß schon wie ich das mache wo du gar nichts mehr fallen an musst du brauchst dich gar nicht mehr abgemüht mach ich aber gerade jetzt bin ich dabei jetzt bin ich da so fertig ja komm hier aus äh dann kurz den Ton ein bisschen nachstellen das kann so bleiben was hast du denn jetzt für ne Idee ich nehme das andere Feld was eigentlich für die Schafe gedacht war und da wo jetzt die Kuhfarm hin soll mach ich die Schafe mhm das wird gehen ja das heißt ja mal wo die Fackeln hin mach ich oben zu oder nenn ich das 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 und die boah alter diese dann hast du irgendwie bei dem Windows Sound diese Mikrofonversteckung an bei dir oder so wieso? ja weil das so am rauschen ist und so das liegt vielleicht auch am lauten Rechner der hört sich nicht so an als wenn du fast blähen würdest warte ich guck mal eben hast du das Mikrofon da nicht auf dem Tisch liegen? nein auf spiel mhm also auf füllen von spiel vielleicht nimm das mal eben in die Hand so naja ändert auch nicht viel ich dachte irgendwie dass das durch ein äh Schreibtisch oder sowas kommt dass äh dass sich das ganze irgendwie von dem Computer ja auf das Mikrofon auswirkt aber ist nicht der Fall was hast du da nicht für eine komische Kuhfarm vor? ja warte ab ich setze hier die Karotte mal wieder hin wenn du das ja ich hab die Mikrofonverstärkung an und zwar volle Bulle hast du jetzt ausgemacht? ok jetzt höre ich dich gar nicht mehr oh es ist leise so? ja so geht's ok und so ist das auch nicht mehr so doll am blähen jetzt ist es auf 20% also auf sonst ist es ja auf 30% wenn das volle Bulle ist ja jetzt ist es auf 20% gut dann mach ich dir noch mal kurz etwas lauter scheiße was hast du jetzt gemacht? ich hab' falsch geklickt ich hoffe es wird es hier ganz schnell warm was? das Fenster nicht auf ist bei mir dann wird es hier ganz schnell ganz schnell warm ok ach so ach das muss der raus so dann kann ich das nach hier hin verlegen ach Mist ich brauch mal wieder ich brauch mal wie immer Cobblestone äh Cleanstone äh da ach du scheiße da werden wir fast überhaupt keinen kleinen kleinen keinen Cleanstone mehr doch hier ich hab aber auch was gefunden aber Lava haben wir auch noch ganz äh Kohle haben wir auch ganz wenig müssen wir Lava nehmen ich wollte ja mal ganz viel holen ja du wolltest ganz viel holen nochmal eben für die jenigen die von ihm gerade nichts verstanden haben so äh so das kommt jetzt so und dann muss ich mir hier für irgendwas einfallen ähm lassen da muss ich eigentlich das ganze so machen so und dann 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 bail